Es ist ein stürmischer Tag Ende September. Ihr seid die einzigen Fahrgäste, die an diesem Vormittag mit dem Bus über die Landstraße fahren. Eure Arbeit in der Bundesanstalt für eine Einheitsbewältigung führt euch heute nach Brückwitz. Um euch die Fahrt etwas aufregender zu gestalten, werft ihr einen Blick auf euren heutigen Auftrag. Was erwartet euch wohl in Brückwitz? Ihr holt eure Zeisig heraus. Welches Datum wollt ihr einstellen? Ja, dann viel Freude mit dem Gerät. Wiedersehen, wiedersehen. Auftrag Eigentumsverhältnisklärung Altes Kühlhaus Brückwitz. Sehr geehrte KollegInnen, mit diesem Schreiben möchte ich Sie über Ihren nächsten Auftrag informieren. Setzt eure Spielfigur an den Ort, den ihr untersuchen wollt. Wählt die richtige Kombination aus Buchstabe und Zahl aus, die auf das Stadtfeld verweisen, auf dem sich der Ort befindet. Mit einem Zwischen öffnen sich die Türen. Brückwitz, alter Bahnhof. Endhalterstelle. Guten Tag, bin ich mit der Treuhandanstelle verbunden? Let's go! Der Eingang zum Kühlhaus ist verrammelt und verlassen. Das einzige Farbenfroher auf dem tristen Gelände sind die grellgelben Schilder mit der Aufschrift Unbefugten ist der Zutritt verboten. Als MitarbeiterInnen der Bundesanstalt seid ihr zwar befugt, aber ihr habt keinen Schlüssel, um das Gebäude zu betreten. Zum Glück habt ihr schon einige Erfahrungen im Sammeln von Zeitdateien und wisst, dass auch außerhalb von Gebäuden interessante Zeitdateien warten können. bis später stattdessen 0 0 0 Vielen Dank.